Guten Abend. Wir beginnen heute mit einem Ereignis, das sie verändert hat. Wir sprechen über eine Zukunft, die schon lange auf sich warten lässt. Wir sprechen über eine neue, auf künstlicher Intelligenz basierende Anlageplattform, die bereits Millionen von Menschen in Deutschland zur Verfügung steht und ihnen hilft, mit minimalen Investitionen große Geldsummen zu verdienen. Es ist unglaublich. Dieses Projekt basiert auf einem Supercomputer mit eingebauter künstlicher Intelligenz. Dadurch konnten wir eine maximale Geschwindigkeit bei der Datenverarbeitung und Analyse erreichen. Die Kombination dieser einfachen Faktoren ermöglicht es deutschen Bürgern, ab 15.000 Euro pro Monat zu verdienen. Ob Hausfrau, Arbeiter oder Kellner, die Software funktioniert auf jedem Gerät, Telefon, Laptop oder Tablet. Letztes Jahr brannten das Haus und der kleine Familienbetrieb von Robert und Susann ab und sie verloren ihre gesamten Ersparnisse und Wertgegenstände. Eines Tages sah die Familie eine Werbung für eine neue App, die ihr Leben völlig veränderte. Wir heißen Robert und Susanne Meier und gestern haben wir in nur einem Monat 32.000 Euro verdient. Wir konnten unser Glück nicht fassen, bis wir unseren Gewinn auf unser Bankkonto überwiesen haben. Jeder kann mit dieser Plattform Geld verdienen. Alles, was man braucht, sind nur 250 Euro. Sie konnten ihr Glück nicht fassen, bis sie die Gewinne auf ihr Bankkonto überwiesen. Jeder kann Geld verdienen und alles, was sie brauchen, sind 250 Euro. Das war's, was sie brauchen, bis sie brauchen, bis sie brauchen, bis sie brauchen. Das war's, was sie brauchen, bis sie brauchen, bis sie brauchen, bis sie brauchen. Das war's, was sie brauchen, bis 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 sie brauchen. Untertitelung des ZDF, 2020